Servus grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Ich bin Elemental Force und wir machen weiter wo wir letztens gefällt haben Diesmal ohne blindlings durch zu rennen und diesmal mit tatsächlichen dass ich die hier alle fertig mache Zwei? Zwei? Wirklich? Gibt's mir gleich zwei von denen Ist ja wunderschön Okay Ugh Oop Nope Ow łoow wowowowowwowowowowowowwww Wow � WOAH wieder live auf twitch dabei mit dem üblichen verdächtigen sprich der mich will man mit seinen kommentaren aufbaut gleich kommt gleich kommt gleich kommt ich kann es leider nicht ganz lesen weil noch fieser wirklich ich hab den skype chat nicht ganz im bild leider hey da liegen noch meine sehnen bekomme ich überhaupt noch au mitten in die fresse rein ich sehe die maus eigentlich gar nicht weiß warum ich die maus nicht sehe weil ich beim fraps aufnehmen nie darauf aufpassen muss weil die bei der fraps aufnahme wird die maus sowieso nicht mit aufgenommen deswegen achte ich fast nie mehr drauf komm hier runter oh scheiße ja ich weiß dass du es im stream siehst weil aus irgendeinem grund ähm xsplit es immer so eingestellt hat dass man die maus sieht auch wenn ich nicht weiß wieso auch wirklich ihr wollt jetzt wirklich lästig sein ach gottverdammt der ist das programm schuld dann eigentlich weißt du wer schuld ist du so also so so mal Das hat was Yes, war das zu knapp Oh Okay Ja, lach nur, du Sack Was? Geil fahren! Danke Man könnte es jetzt da mal richtig regnen und nicht nur so scheiße dran nieseln Das einzige was dieser scheiß nieselregen macht ist, dass es schwül wird wie Sau Okay, wie mache ich das am blödesten? Ich versuche mal ein paar anzulocken Kommen ein paar? Nope Ich glaube das werde ich jetzt nicht im Chat vorlesen Okay, das war das Okay Wow WTF Gut, dass ich so viel Menschlichkeit gefarmt habe Ich werde jetzt Menschlichkeit benutzen Komm schon Haben die Gegner was? Haben die Gegner in Ja? Die Hammer in Hearthbomb, wieso sollten sie keinen haben? Komm schon Ich sehe sie schon Vielleicht liegt das an der Auflösung Dann Ich habe noch die Pfeile. Das Problem ist, da ist noch einer. War nicht noch einer? War nicht oben noch einer? Nein. Nein. An mich selbst und an dich. Okay. Hier ist irgendwo der Schlüssel. Hier ist irgendwo der Schlüssel. Ah, da unten. Au. Genau. Oh shit. Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern. Ah, da ist der Wartenschlüssel. Okay. Hallo. Okay. Was ist denn hier noch? Ah, hier unten ist noch was. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's hier auf. Okay. Ah, noch nicht. Nein, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Na gut, dass es noch in Trickerstudios gibt, die wissen was sie tun. Okay, erstmal am wichtigsten die Abkürzung. Dann werden wir zurückrennen. Und den Schmied hier mal frei machen. Schmied, da zeige ich auch schon Schmied. Es ist, wie heißt der? Der Bogenschütze? Ah, ba da da de 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 De. Irgendwas. Go, go. Was hast du nie gespielt? Amnesia? Wieso nicht feilgenus? Ah, Dark Souls! Okay. Oh, du hast eine große Pfeile! Fuck! Fuck! Achso, naja. Achja, im Übrigen, da wir jetzt in einem Video sind. Hey! Ihr könnt euch mal Randalay anschauen! Randalays YouTube-Channel, er macht auch Let's Plays! Er macht Elder Scrolls Morabind, glaube ich? Und was noch? Magst du noch was? Schreib rein! Ich pimpe dich! Er ist ein extremer Amateur, aber das weiß, glaube ich, eh jeder. Wah! 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 Ich hab dich auch, lieb! So. Ich mach unbedingt... Ich sollte meinen Bogen upgraden. ... Ich hab dich mit ... ... ... Entferf! Ok. Ich hab dich mit, ... ... 6 7 8 8 9 10 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 Okay, Bogen abgegradet. Ähm, Lüstung kann ich nicht upgraden. Sollte mein Zeug reparieren. Mauszeiger. So. Jetzt sind wir halbwegs gewappnet. Ja, ich hoffe zumindest. Ich sollte hier. Wow. Ja. Okay. Versuchen wir hier runter zu kommen. Bye, Leute. So. Jetzt sind wir hier unten. Ich habe den Bogen aus einem bestimmten Grund geupgradet. Nämlich für diese Stelle hier. Oh, okay. 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 Komm schon. Es ist wirklich nicht so leicht, wie es aussieht. Nein. Nein. Oh, shit. Okay, ich hab ihn erwischt. Das ist, was zählt. Das Problem ist, man kann hier nicht wirklich einfach reinrennen. Ich hab ihn erwischt. Ich hab nur keinen Schaden gemacht aus irgendeinem Grund. Komm schon. Hm.